In diesem Erklärvideo zeige ich euch, wie ihr Weichen, Signale und vieles mehr im Rockquail-Gleisplan anlegt und damit dann einen Schritt näher zur vollautomatischen Modellbahnsteuerung kommt. Wie ihr einen Arbeitsbereich und einen leeren Gleisplan erstellen könnt, findet ihr bereits in einem anderen Erklärvideo. Der Gleisplan sollte möglichst abstrakt bzw. einfach gehalten werden, damit dieser nicht zu groß und zu unübersichtlich wird. Um in den Bearbeitungsmodus des Gleisplans zu kommen, geht ihr unter dem Reiter Gleisplan auf Plan bearbeiten. Im neuen Fenster Symbole hinzufügen gibt es eine große Auswahl von Gleisen, die einfach auf den Gleisplan geschoben werden. Wenn ein weiteres Element dieses Typs hinzugefügt werden soll, kann dies einfach mittels Klicken an der gewünschten Stelle erfolgen. Wichtig für die Gleisführung und Steuerung ist auch das Element mit dem Pfeil. Dieses hilft dabei, bestimmte Abschnitte nur in eine Richtung befahrbar zu machen. Um zum Beispiel den Schattenbahnhof abzutrennen, helfen auch sogenannte Konnektoren. Diese können beliebig oft gesetzt werden und verbinden virtuell zwei Gleisenden, doch dazu später mehr. Unter Weichen findet ihr ebenfalls eine Vielzahl von Elementen. Die Linksweiche hier sitzt jetzt falsch herum. Drehen kann man ein Objekt entweder mit dem Öffnen des Kontextmenüs, also der rechten Maustaste. Hier findet ihr den Abschnitt Ausrichtung und dann Drehen. Einfacher geht es jedoch, wenn ihr mit der Maus über das gewünschte Objekt fahrt. Dieses wird dann gelb und kann dann über die Pfeiltasten der Tastatur gedreht werden. Unter den Signalen findet ihr ebenfalls viele verschiedene Signale. Welche genau und wie man sie einrichten kann, zeige ich euch in einem anderen Erklärvideo. Jetzt kommt eine der wichtigsten Kategorien, die Blöcke. Der oberste Block ist ein ganz normaler Block. Ein Block ist der Bereich, in dem der Zug steht. Das kann zum Beispiel ein Bahnhofsgleis sein oder ein Bereich auf offener Strecke. In der späteren Automatiksteuerung fährt dann ein Zug von Block zu Block. Jeder Block sollte mindestens zwei Rückmeldegleise haben, damit eine Lok dann vorbildgerecht langsam abbremsen kann. Elemente auf dem Gleisplan könnt ihr ganz einfach mit der Maus verschieben. Unter Zubehör findet ihr dann noch Knöpfe, mit denen ihr zum Beispiel digital angesteuerte, bewegte Figuren schalten könnt. Falsch gesetzte Elemente können über das Kontextmenü entfernt werden oder über die Entfernen-Taste auf der Tastatur. Auch der Bahnübergang ist unter Zubehör zu finden. Außerdem kann Rockwell auch Autos wie das CarMotion-System von Fisman steuern. Hier ist der Straßenplan analog zum Gleisplan aufzubauen, also auch mit Weichen bzw. Abzweigungen, Blöcken und Rückmeldern. Um die Bearbeitung des Gleisplans zu verlassen, geht ihr wieder auf den Reiter Gleisplan und dann auf Bedienung. Wie gerade schon kurz erwähnt, kann man viele Konnektoren in seinem Gleisplan einsetzen. Damit immer zwei richtige miteinander verknüpft sind, kann man in den Eigenschaften des Konnektors unter Nummer eine ID vergeben. Diese sollte die gleiche sein wie beim zweiten Konnektor, damit diese dann verknüpft werden. Das heißt, das nächste Konnektor-Paar bekommt dann eine höhere Nummer. Ja und wenn dann der Gleisplan fertig ist, kann man unter dem Reiter Gleisplan und Prüfer die Qualität des Gleisplans prüfen, um so festzustellen, ob sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat. Hier zum Beispiel hat Rockwell keinen kritischen Fehler entdeckt, sondern weist nur darauf hin, dass bestimmte Artikel noch keine Adresse erhalten haben. Doch wie ihr Weichen, Signalen und Rückmeldern eine Adresse vergeben und Lokomotiven anlegen könnt, zeige ich euch in vielen weiteren Erklärvideos. Viel Spaß beim Nachprogrammieren, ich freue mich über ein Abo und eure Kommentare hier unterm Video. Bis zum nächsten Mal.